Kenne deine Beweggründe und nichts wird dich mehr aufhalten. Warum gibt es Menschen, die aufgeben? Warum gibt es Coaches, Berater, Selbstständige, die auf dem Weg in ihre Freiheit, die sich fallen lassen, die nachgeben, dem Druck, den Problemen, dem Stress, den Hindernissen? Der einzige Grund ist das Warum. Warum tust du die Dinge, die du tust? Was sind deine wahren Beweggründe? Bei was vergisst du die Zeit? Wie willst du in Erinnerung bleiben? Wie willst du, dass Menschen dich wahrnehmen? Bei welchen Tätigkeiten fühlst du dich erfüllt? Was möchtest du in die Welt bringen? Was bringt dir Spaß und Freude? Was lässt dich aufblühen? Welche Tätigkeiten geben dir ganz tiefe Befriedigung? Was kommt ganz leicht und natürlich zu dir? Was ist das Erbe? Was ist der Mehrwert, den du in die Menschheit, an die zukünftigen Generationen weitergibst? Wobei vergisst du Raum und Zeit? Was schenkt dir Energie? Wenn du auf diese Fragen Antworten findest, dann weißt du auch, warum du die Dinge tust, die du tust und warum es sich dafür lohnt, schwitzen, manchmal Überstunden zu machen, sich hinzusetzen und was zu tun. Erfolg ist kein Glück. Du manifestierst ihn durch deine Aktionen in Richtung deiner Ziele.